Mein Name ist Michael Spitze von der Firma Thomas hier im Wohnmarkt Nehmann in Vechta. Wir bieten dem Kunden auf ca. 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche eine große Auswahl an Teppichen, Tapeten, Bodenbelägen, hochwertige Bettwäsche und Frottierware. Zurzeit haben wir eine sehr große, ausführliche Orient-Teppich-Ausstellung mit vielen Exponaten, die teilweise über 100 Jahre alt sind. Diese Artikel, speziell auch in Teppichen aus dem Iran, sind zurzeit wieder stark im Trend. Der Kunde kann sich hier aus einer großen Auswahl das richtige Stück heraussuchen. Dafür kommen wir natürlich auch gerne ins Haus und legen einige Teppiche vor. Also im vorderen Bereich ist zurzeit noch eine sehr schöne Ausstellung zu sehen, wo auch sehr wertvolle Teppiche hängen. Besonders der alte Kescher in einem Übermaß, den sollte man sich unbedingt mal anschauen. Also da sind viele Liebhaber eingeladen, einmal bei uns die Ausstellung anzuschauen. Also unter Sortiment betrifft natürlich auch noch Bodenbeläge, insbesondere Vinyl, Laminat und auch Parkett. Ansonsten bieten wir dem Kunden eine große Auswahl an Tapeten an von vielen namhaften Herstellern. Badeteppiche haben wir auch im Sortiment. Da bieten wir unsere Hausmarke Esprima an. Ansonsten haben wir auch noch hochwertige Bettwäsche der Firmen Basetti, Laura Ashley und Job. Das sind auch gerne Artikel, die zu Weihnachten verschenkt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017